Unser Team, hier ist die Mannschafts-Ausstellung und das ist HFC. Im Tor unsere Nummer 1, Kai. Die Nummer 2, Tobias. Mit der Runden Nummer 3, Niklas. Die Nummer 7, Betrey Baxter. Mit der Runden Nummer 9, Pascal. Die Nummer 21, unser Kapitano Jan. Die Nummer 22, Marvin. Mit der Runden Nummer 25, Björn. Die 26, Sebastian. Mit der 28, Kilian. Und die Nummer 31, Niklas. Auf der Sazenbank aus Rot-Weißen neben zum nächsten Platz für das Tor mit der Runden Nummer 32, Tom Müller. Die Nummer 6, Toni Lindenhahn. Die Nummer 10, Matthias Vitz. Die Nummer 19, Phil Ackenberg. Die Nummer 23, Brandon Malou. Die Nummer 24, Julian Guttau. Und die Nummer 36, Christian Tiffers. Trainer unseres Hauptziels, Dursten! Siebhock! Dursten! Siebhock! Dursten! Siebhock! 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 Siebhock!